Es ist psychologisch Manipulation, die da passiert. Man wird in eine Art Abhängigkeit gedrückt, die man selber geil findet. Ich finde mich gut. Also ich bin gerade durch Höhen und Tiefen gegangen die letzten paar Stunden. Aber das war gut, das war nötig, ich habe das gebraucht. Es gibt gewisse Gruppierungen, die genau solche Sachen der psychischen Manipulation benutzen, um ihre Mitglieder, ihre Glaubensanhänger zu behalten. Man begibt sich eigentlich in eine Art Gefahr, weil man sich total öffnen muss. Wenn man es nicht tut, dann verliert man. Und ich bin ja, das zu gewinnen. Er gibt dir dieses Gefühl so, wenn du bei mir gut bist, dann gebe ich dir deinen Traum, den du leben kannst. Aber ich habe keinen Moment gedacht, ich will hier weg, sondern im Gegenteil, ich will hier bleiben, ich will lernen, wie es besser geht. Und das ist der Grund, warum ich gegangen bin dann. Und das ist der Grund, warum es besser geht.